Der größte Fehler besteht darin, dass wir unser Zuhause bei anderen suchen. Dort erbauen wir es und richten es voller Liebe, Sorgfalt und Respekt ein, sodass wir uns am Ende des Tages sicher und geborgen darin fühlen. Wir setzen auf andere und bemessen unseren Selbstwert anhand der Akzeptanz, die uns in diesem Zuhause zuteil wird. Was aber vielen gar nicht klar ist, wer sein Zuhause bei anderen sucht, gibt diesen auch die Macht, ihn obdachlos zu machen. Wenden sich diese Menschen dann von uns ab, nehmen sie unser Zuhause mit. Und plötzlich empfinden wir eine große Leere, weil wir diesen Leuten unser ganzes Inneres anvertraut hatten. Diese Leere hat nicht zu bedeuten, dass wir nichts zu geben oder nichts in uns hätten. Sie bedeutet lediglich, dass wir unser Zuhause nicht am richtigen Ort errichtet haben. Spulen wir jetzt bis zu dem Moment vor, in dem Noah sagt, Ich glaube nicht, dass wir weiterhin miteinander sprechen sollten. Ja, genau. Mein Talk und die abschließenden Worte lagen schon vor meiner Erfahrung mit Noah. Kehren wir nun noch einmal zum Mailverkehr mit meiner Therapeutin zurück, indem ich ihr unter anderem mitgeteilt hatte, Es bestätigt, glaube ich, nur, dass ich es nicht wert bin, dass sich jemand an mich bindet. Nicht, weil ich glauben würde, es nicht wert zu sein, sondern weil mein gesamtes bisheriges Leben bewiesen hat, dass ich es nicht wert bin. Schauen wir uns diese Äußerung einmal genauer an. Punkt für Punkt. Wie konnte ich mit meinen Worten Millionen von Menschen helfen und dabei trotzdem noch das achtjährige Mädchen sein, das sich fragt, Warum kann ich das nicht haben? Ich wusste doch so viel. Konnte auf der Bühne stehen und eine super Rede über Eigenliebe abliefern. Ganze Bücher hätte ich über Selbstwert, Selbstwertgefühl und Steigerung des Selbstwerts schreiben können. Warum aber war das alles nicht bis in mein Gefühl vorgedrungen? Das ist ein Problem, nicht wahr? Das gelöst werden muss. Als ich vor einigen Jahren die ganzen Erkenntnisse über das Zuhause bei anderen gewonnen hatte, dachte ich, was das betrifft, wäre ich auf dem richtigen Weg. In Wirklichkeit stimmte das aber gar nicht. Also begab ich mich an die Arbeit. Lernte hinzu und informierte mich. Recherchierte. Empfand den Schmerz auf allen Ebenen. In der Pädagogik bezeichnen wir den Wissenstransfer von der Theorie in den Alltag als Praxis. Und wo blieb meine Praxis? Wie konnte ich über dieses ganze Wissen verfügen und trotzdem im Kern immer noch das achtjährige Mädchen sein, das allein in einem Zimmer sitzt und sich fragt, Warum kann ich das nicht haben? ... ... Vielen Dank.